von 30 grad und sonne sind wir jetzt bei drei grad und matsch war das eine kluge entscheidung man weiß es nicht das ist doch mal ein schöner single shake hier gibt es keine schilder das ist schlimmer als im dschungel die einfach ein bisschen skinny das ist bisher völliger scheiße ist das geil doch behindert ist kalt das geht mir auf den sack was ist das 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 macht bock scheiße Hahahaha Wer ist das denn? Irgendwie heißt der Signal-Trade oder so Ja eigentlich ist das hier schön, das sieht ja zum Beispiel richtig geil aus Wir fahren, wir auch, wir auch Dann fahren wir nebeneinander Hahahaha Wir sind verhindert Und wir wollen dann loslegen Wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier Wir sind hier GmbH Wir sind hier Wir sind hier halt cool aus das macht bock das habe ich mir eigentlich auch gewünscht schade, dass wir es an der letzten Abfahrt hier gefunden doof mir hat einmal richtig geklönt hab ich gehört dann fahr ruhig vorher aber richtig geil zu fahren voll geil voll geil ach joa nett schön zu fahren das ist ein single trail fahr du ruhig mal vor oh guck mal da schiebt der Jan willst du fahren? guck es dir an am besten obere linie ja sehr gut high ground nicht gut ja doch ja doch das ist aber echt peinlich und dann auf zwei kameras der dritt die scheiße der dritt die scheiße man 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 das ist doch mal richtig geil ha das ist doch mal richtig geil 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 das ist da so scheiße angefangen aber da ist kein Platz ich red die ganze zeit hier ach was weiß ich was Oh, das war mein Tötler. Das ist mal richtig cool. Das war eine gute Linie. Gottos, leider hat er mich ausgebremst. Die Hure! Vorsicht, Vorsicht! Das ist ja geil! Hat das Bock gemacht, oder? Mega, Alter! Guck dir, Jan, guck ihn dir an! Da fährt er, Maschine! Geht doch! Geht raus! Ja, Junge! Junge! Zieh! Geil! Geil! Ist das geil! Ist das geil! Ja, da ist es geil! Ja! 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 Das ist wieder dichtig, wieso aufstehen? ist auch gar nicht kalt hier hier sieht man jetzt übrigens mal kurz die temperatur 13 und 10 und wir haben minus 0,1 grad es ist ein unterschied von 30 grad zu finaligure ich werde bekloppt genießen wir noch mal die sonne und fahr jetzt mal die wunderschöne freeride keine ahnung ich weiß ja nicht was da kommt seid ihr alle fertig was tut ihr denn das ist was für die kiesestein Oh, ein Walrad. Viel zu weit. Das ist gruselig. Alter. Da war wieder so kurz, ne? Ja. Da war wieder so kurz, ne? Ja. Wo kam das jetzt her? Was ist das auf einmal? Ja. Ich bin jetzt in der Gefahr noch fast runtergefallen in der Mitte.